Rüsselsheim, ein Standort für Weltmarktführer im Herzen von Frankfurt-Rhein-Main. Den Schwerpunkt des innovativen Wirtschaftsstandortes bildet die Automobilbranche. Was mit Adam Opel begann, führen heute weltweit agierende Automobilhersteller fort. Neben der klassischen Zulieferindustrie haben sich inzwischen auch hochspezialisierte Ingenieur- und Planungsdienstleister etabliert. So heißt es heute nicht nur made in Rüsselsheim, sondern auch designed und developed in Rüsselsheim. Doch auch Unternehmen aus anderen Bereichen wie IT, Logistik oder Klimatechnologie investieren in den Standort. Für qualifizierte Nachwuchskräfte sorgt die Hochschule Rhein-Main. Zwischen Festungsmauern und Opel-Werkstätten hat Rüsselsheim aber noch mehr zu bieten. Viel Kunst, Kultur und Musik sind Zeichen einer modernen Stadt, in der es sich zu leben und zu investieren lohnt. Rüsselsheim. Wir machen mobil.